3, 2, 1, los! Arme meine Bewegungen nach, während wir an dieser Position arbeiten. Lass Hände und Fersen auf den Boden. Halte die Position 30 bis 40 Sekunden. Lass Hände und Fersen auf den Boden. Wollt ihr euch beim Ausatmen vor und berührend beider zu konfizieren? Der Sieger ist... Zelda!